Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein super schnelles und einfaches Maschenrezept für euch. Ich hoffe das Video wird euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. So wir brauchen dafür etwas Mehl, Backpulver, etwas Zucker, dann etwas Zitronenaroma und oder Vanillearoma, etwas flüssige erkaltete Butter, zwei Eier und etwas Schokostreusel. Als erstes geben wir einmal den Zucker mit dem Vanillearoma und dem Zitronenaroma, wenn ihr möchtet. Ihr könnt aber auch natürlich eins von beiden weglassen, wir euch das lieber. Also ich habe das gemischt und es hat echt gut geschmeckt. Und dazu geben wir dann auch noch die flüssige Butter und verrühren das Ganze einmal. Und geben dann nach und nach die Eier dazu, aber immer schön einzeln. Und dann geben wir noch das Mehl dazu und rühren das Ganze einmal kurz mit unter. Ja, da hat das jetzt gerade ein bisschen bei mir gestaubt. Da habe ich den Mix etwas zu hoch gestellt gehabt. Und zum Schluss geben wir einfach nur noch die Schokoraspeln da drunter. Die heben wir einfach mit einem Teigschabert einfach ein bisschen runter. Und dann portionieren wir das Ganze schon in Muffinförmchen. Ich benutze dafür echt gerne diesen Eisportionierer. Das habe ich bei Sally damals mir mal abgeguckt. Und das ist echt praktisch mit dem Teil. Aber wenn ihr keinen habt, könnt ihr natürlich auch einfach einen oder zwei Löffel nehmen, um das zu portionieren. Und dann geht das Ganze bei 175 Grad Ober und Unterhitze für ca. 25 Minuten in den Backofen. Wenn die dann fertig sind und schon ein bisschen ausgekühlt sind, könnt ihr die einmal aus der Muffinform rausnehmen und einmal komplett auskühlen lassen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns einmal um das Topping. Dafür brauchen wir einmal Sahne, Mascarpone oder Philadelphia-Frischkäse, Sahne steif, ein bisschen Zucker und dann auch noch ein bisschen Marmelade. Und als erstes geben wir hin und schlagen etwas die Mascarpone weich, also cremig, mit einem Schluck Sahne. Und geben dann nach und nach die restliche Sahne dazu und schlagen das dann schon mal etwas steif. Und kurz bevor das steif ist, geben wir dann einmal die Zucker- und die Sahnesteifmischung mit dazu und schlagen das Ganze komplett steif. Dann geben wir dann einfach nur noch die Marmelade dazu und rühren die einmal kurz mit unter. Und schon können wir unsere Mischung in einen Spritzbeutel geben. Ich habe jetzt hier eine Sterntülle dafür und können dann unsere Muffins aufspritzen. zum Schluss streuen wir da nun auch noch ein paar Schokoraspeln drüber und schon sind unsere schnellen und leckere Muffins fertig. Das war es schon wieder mit dem Video. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gerne nach. Das ist auch kostenlos für euch und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dann. Tschöö!